Zielperson 1, Anna Patbeck. Seit vier Tagen Spul ist verschwunden und höchstwahrscheinlich in der Gewalt von Zielperson 2. Ein unbekannter Mann, der bei seinen Taten immer eine Clownsmaske trägt. Guten Morgen, Sydney. Mein Name ist Hagen Walsten. Ich bin Kriminalkommissar und leitender Mittler im Fall der vermissten Anna Patbeck. Versuchen Sie zu kooperieren, um Anna Patbeck eine Überlebenschance zu geben. Es ist der Clown, richtig? Und da Sie die einzige Überlebende sind, die ihm jemals begegnet ist, hoffe ich sehr, dass Sie mir helfen können. Wenn Sie nochmal überlegen könnten. Wenn Sie nochmal versuchen, uns zu reden. Vielleicht wird Ihnen irgendwas ein, irgendein Hinweis, irgendeine Spur, die uns darauf bringt, wo dieser Clown junge Frauen hinverschleppt haben könnte. Irgendwas! Sie kennen sein Gesicht, richtig? Herr Kommissar, es reicht! Beantworten Sie einfach diese simple Frage! Nein! 15 Punkte zu werden! Metern ... Randy Moreht-Weil! Walht! Nein, 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 nein. Wer schweckt uns in der Maske? Wer schweckt uns in der Maske? Der Tore ist nicht! ARD Text im Auftrag von Funk